2014 in Afghanistan Eine Truppe von Soldaten schießt völlig irritiert in den Himmel. Über ihnen schweben merkwürdige zylindrische Flugobjekte. Einer der Soldaten hält dieses Manöver mit einer Kamera fest. Es ist klar zu erkennen, dass es sich hier weder um irgendwelche Flugzeuge, noch um andere uns bekannte Flugkörper handelt. Auch die Soldaten schauen sich fassungslos an. Schießen sie hier womöglich gerade auf außerirdische Raumschiffe? Körnchen Big firefight. Yeah. Packing up rounds. Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik